Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, heute ist der 6.10.2022, es ist 7 Uhr und eine Minute und ich wollte dir gleich in der Früh zeigen, was sich hier so abspielt. Das ist nur einer, aber zuvor sind auch schon etliche Streifenzieher am Himmel gewesen und wir sehen hier zum Beispiel, wie sich der Trail wunderschön ausbreitet. Also er flockt hier in Richtung, was soll man sagen, Südosten aus, wenn ich das so sagen darf. Also wunderschöne, natürliche Phänomene überall, schon zeitig. In der Früh ist dort hinten schon der nächste Streifenzieher, ich weiß es nicht, aber es schaut sehr danach aus, ja, uh, das ist ein massiver... Der schmeißt gewaltig was raus. Aber bitte alles nur Heilmittel, Sie wollen nur unser Bestes, wie wir wissen. Ja, aber es schaut trotzdem, ja, der Sonnenaufgang schaut hier sehr bombastisch aus, kann man nicht sagen. Und hier sieht man auch, ich würde sagen, mehrere hundert Streifen können wir hier schon erkennen. Ich weiß nicht, wenn du hier schaust, kann man das zählen. Wenn ich von unten beginne, eins, zwei... Naja, haha, scharf stellen wir auch nicht, bitte sehr, nochmal. Das man zählen wird nichts, aber schauen wir mal. Vielleicht geht es so, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wow, das sind viele, das sind ganz, ganz viele. Ja, sie fliegen wieder Sonderschichten. Und hier... Überall gewaltige Trails und alle sternförmig von der Sonne weggehend. Ich schaue nochmal, ob da ein dritter ist, weil die haben sie heute besonders eilig, wie man so sieht, ja, hier oben auch schon. Das heißt, sie flocken dann alle so hinaus und hier haben wir dann den Lauf der Sonne und der wird dann einfach wunderschön versprüht. Hier sehen wir auch schon gewaltige Trails und hier über mir ist, würde ich sagen, naja, der größte, oder? Das heißt, sie werden es auch heute wieder schaffen, einen Tag, der theoretisch, ja, ein traumhaft schöner Sonnentag geworden wäre, einfach kurz und klein zu sprühen. Schauen wir mal. Wobei in diesem Zusammenhang das Wort kurz natürlich optimal passt, gar keine Frage. Der ehrlichste Mann aller Zeiten. So, schauen wir mal. Aha. Jetzt sind einige Vögel über mir weggeflogen. Da könnte noch einer sein. Na, der war schon und der war auch schon. Ich gehe hier ein bisschen weiter rechts. Jetzt, dass wir wenigstens den Sonnenaufgang hereinbekommen. Ja, ich kann die Schwurbelkurble auch überprüfen. Du hast recht, hätte ich jetzt fast vergessen. In meinem jugendlichen Eifer. Geheizt wird auch schon, logischerweise. Ja, CO2, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Die Menschen müssen wieder lernen zu frieren. Hier heizt doch tatsächlich einer. Ja, Volkspolizei, verhaften Sie diesen Heizer. Richtig, alle Heizer müssen verhaftet werden. Das kann so nicht mehr weitergehen. Wir müssen, wir müssen das Klima retten. Koste es, was es wolle. Es darf keine Rücksicht mehr, was auch immer genommen werden. So, schauen wir mal. Ich muss nur aufpassen, weil es ein bisschen feucht am Dach ist. Ich glaube, das war dort in der Richtung, wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir mal, wo die Schwurbulatoren stehen. Aha. Also ich bin verstört. Ich bin verstört. Sie drehen nicht. Was ist jetzt los? Ah, ein Flugzeug. Sehr gut. Da ist schon wieder eines. Hier ist der Nächste. Sehr gut, danke schön. Die kommen ja heute wie gerufen. Das ist wie bei der Löwinger Bühne. Da kommt nichts hinten raus. Spannend, gell? Und ich fall gleich nach hinten, weil ich über Kopf filme. Also aufpassen. Also es kommt nicht bei jedem etwas raus. Also der ist auch ganz schön weit weg. Und dort hinten war auch einer, was ich mich erinnern kann. Vielleicht bekommen wir den auch noch herein. Das wäre, weil der ist von Schwächert, was ich gesehen habe, gerade aufgestiegen. Aber ich glaube, der ist entfleucht. Er sollte eigentlich hier auf dieser Strecke zu sehen sein. Aber egal. Egal, egal. Ja, wie gesagt, beeindruckende Bilder. Und einen dritten Sprühe hätte ich noch gerne gefunden. Aber alles gut, so wie es ist. Passt. In dem Sinne geht es dann weiter zum Horoskop. Trigon zwischen Merkur und Pluto. Schauen wir uns das dann halt an. Ah, doch noch. Ja, Geduld zahlt sich aus. Da ist ja doch noch einer. Den habe ich übersehen. Ist mir gestern auch passiert, dass ich, der ist an mir vorbeigeflogen und ich habe nichts gesehen. Na, der fliegt relativ nieder, weil er es schnell ist. Und, na, na, wann stellt er mir Scharf? So, jetzt haben wir ihn. Der ist nieder, der ist sehr, sehr nieder. Kriegen wir ein Scharf rein? Bitte. Jawohl. Jetzt haben wir ein Scharf drin. Fliegt genau über mir. Und während die eine Linienmaschine nichts, nichts herausbekommen möchte, schöpft er aus den Vollen. So, jetzt haben wir den Sonnenaufgang gepasst. Mission accomplished. Einen wunderschönen Morgen wünsche ich dir... Ende.